... die Steigung hat und da haben wir noch einige Streckenabschnitte, die 15% Steigung drin hat. Die, die selber schon raufgefahren sind, wissen Sie, dass das nicht ganz so einfach ist. Und da kommt es! Die Filme haben wir hier gesehen von unseren Dock-Dock-Schalter, 10 Meter Höhe, aber immerhin erst passierte oder sie, weil es mit einer Weile kann, starten sie. Und da stehen wir noch mal an der Pläne, da sind wir noch mal an der Pläne, da sind wir noch Ich sage mal, das ist die Kultur, die Franschweite, die Herzenkanzler und die Flieger-Karren-Support. Musik Musik Musik